Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, 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 ganz herzlich zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr reinschaut und ich hoffe, euch geht es gut. Heute Abend möchte ich euch wieder beim Entspannen und Einschlafen helfen. Dazu habe ich wieder ein paar schöne Gegenstände mitgebracht. Und ja, zur Einstimmung fangen wir an mit Mikkelbrushing. Dazu habe ich wieder meinen großen Fächerpinsel mitgebracht. Also, jetzt zur Einstimmung, zu Beginn des Videos. Würde ich sagen, mach es dir richtig schön bequem. Begib dich in deine Lieblingsposition, in der du schön bequem einschlafen kannst. Kuschel dich ein und genieße die sanften, schönen Geräusche. Brushing, brushing, brushing. okay brushing 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 brush 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 but I now ... Dann über deine Stirn, ganz entspann die Konturen nach, streicheln mit dem schönen großen Flick, welcher bin ich? So ein schöner, so ein schönes, sanftes Geräusch. So, dann zeige ich dir jetzt mal, was ich da Tolles mitgebracht habe. Einen beliebten Gegenstand, den ich noch ein bisschen verändert habe. Und zwar den Korkuntersetzer. Ich drehe ihn um. Ich habe ihn beklebt mit den schönen Steinchen. Aber nicht genug festgeklebt. Fisk geklebt, 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 geklebt. Das Geräusch mochte dir auch sehr gern. Wie ich so sanft mit den Nägeln über die Steinchen gescratcht bin. Am besten mit der Rückseite der Nägel. Es war ein bisschen weicher, das Geräusch. Ich habe ihn nicht gescheidt. Aber das Geräusch ist nicht gescheidt. Ich habe ihn nicht gescheidt. Ich habe ihn nicht gescheidt. Aber ich kann das Geräusch aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Deswegen lassen wir jetzt ein bisschen mehr Zeit mit dem Korkuntersetzer 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Meine liebliche Weingeräusche. Das war's für heute. Mögt ihr eigentlich lieber so langsames, so richtig langsames Stepping? Also mehr so. Oder so. Oder doch eher die schnellere Variante. Ich mag den Sound von oben. Das klingt dann noch viel tief. Okay. Eine kleine Unterbrechung. Wenn man das so sehen kann. Durch den Weichen, Weichen, Pinsel. Na, sind deine Auglieder schon ein bisschen schwerer geworden? Ich wünsche es mir, dass du richtig schön entspannen kannst. Ganz weiche Härchen. Ganz toll genießen. Ganz toll genießen. Schön über deine Wange. Schön über deine Wange. Schön über deinen Hals. Ganz toll genießen. 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 Slap, Slap, Slap. Slap, Slap. Dann habe ich hier ein mit verschiedensten Blüten verziertes Holzherz in einem ganz dezenten Grün. Und dann habe ich hier ein mit verschiedensten Blüten. Hat auch so eigene Geräusche, je nach Holzart und wie das beschaffen ist, finde ich auch ganz toll. Also, ich habe noch eine kleine Geräusche, die ich mit dem Geräusche habe, in der ich Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hoffe, du magst es auch, das Scratchen und Tippen auf Holz. Das habe ich mal von einer Bekannten geschenkt bekommen. Eine Kassi-Gebkanne. Eine Zeit lang bin ich mit ihr und ihrem Hund morgens um sechs spazieren gegangen. Das war so ein kleines Dankeschön. Sie hat MS und kann leider nicht mehr so. So, more deep less kleos. Ich hoffe, dir geht es gut und du legst oder sitzt schön bequem. Ich mache es gut. Ich mag die Handsounds von Fingerfluttering. Egal, ob es nur ein bisschen langsamer ist oder schneller. Überhaupt können Handsounds verbunden mit Nailsounds. Nailscratching. 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 den Katzenkopf bevor, zwei Dörchen oben. Sollte Dörchen oben, zwei Dörchen oben. Sollte Dörchen oben, zwei Dörchen oben. Sollte Dörchen oben, zwei Dörchen oben. Sollte Dörchen oben. Das war's für heute. Das war's für heute. So, meine Lieben. Nochmal zum Abschluss. Guts. 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 aufwachen ganz ausgeruht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Schlaf schön Schlaf schön Bye 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 Bis zum nächsten Video Kleiner, süßer Stern Bye